Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Splatoon Online. Ja, vor einer Woche war es her. Ja, irgendwie geht es weiter. Heute mit dem Klecksroller. Das ist die zweite Online mit dem Klecksroller, weil die erste, ich habe schon mit der anderen Kamera aufgenommen, die von Larry. Ja, die hat von der Audioqualität nicht so gut aufgenommen, sag ich mal. Aber es wird schon... Und nicht ärgern, dass ich abfilme, weil... Ich habe gerade keine Capture Card. Ist so. Das ist so blöd. Die Kappen eigentlich. KABOOM! Scheiße. Naja. Ich habe hier ca. Das ist so blöd. Jaaa... Du bist zu blöd. Ich gehe hier hier. Und... Oh mein Gott! Geh doch kacken, ey! I'm Angst Ja, fällt mir alles ein. Ich weiß, ich werde sterben. Was ist das? Was ist das? Fast, fast, fast. War nice, ja, gut. Na ja. Heute wird es auch schon etwas längerer Part und auch wie gesagt Doppelpart. Das werde ich auch erst das machen. Scheiße, der mit deinem Minigang. Na ja. Was soll, das kann von mir sowieso verloren, aber... Warte, wir könnten noch etwas dran ändern. Die ist auch nicht von uns, das kann doch nicht wahr sein. Was ist das? Zeh doch mal zu. Ich bin so zum Scheiß oder was? Nice! 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 Nicht nice! Yes! 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 Nice! Schneller! Einfärben! Los! 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 Warum habe ich den Sack geschossen? Egal! Wir sehen was! Oh! Könnte die Linie noch was gebracht haben? Nein! Naja, aber fast! Nicht so schlimm! Kein Problem! Weiter gehts! Ich habe so Fragen an euch, wie es weitergehen soll und wie es mit dem Akkuspecial werden soll. Ja, ich habe ja schon Videos gemacht. Wie gesagt, ich habe ja die Display gestartet. Ne, ne. Wobei, heute mache ich keinen Doppelpart, sondern ich werde heute noch das neue Display starten. Wie das dann? Ja, das wäre das. Naja, ja gut. Und, ähm... Es gab viele Stimmen für Splatoon und auch Hyrule Warriors. Ich werde heute noch ein Verkündungsvideo starten. Was ist das? Das ist das? Was ist das? Du kannst das denn auch mit dem Akkuspecial? Was ist das denn? Das ist keine Netflix-Dix-Runde. Nein! Ja! fuck 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 gestirben? ich will nicht wirklich neu empfehlen mr crab so weiter gehts ähm ich werde mal so weder Gäste haben aber noch also noch mehr also nicht die ich so wirklich nicht wirklich im real life kenne ja und ja ich finds schön dass ich halt jetzt schon einen guten Aufstieg bekommen habe und Support dafür dank ich euch nochmal ich werde mir das Aufmachtprogramm besorgen und dann werde ich euch noch ich werde euch noch was zu man werde ich noch selber irgendwie noch auf Italien AP sagen weil da musst du noch warten bis ich werde mir das Aufmachtprogramm aber naja es liegt generell am zu speichern das ist alles ist eigentlich gut ganz gut aber hä? wovon? ah sniper das ist nicht 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 das ist nicht nicht ich erschlage dich in die Apfel Oh noch nicht Oh Crap 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 Ich sag Crap nicht Crap Ich muss mal Deutsch wie an den Nacken So Crap 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 Ich hab diesen Zarschlecht und habe diesen Dreckigen Sniper genommen Yes Nice Das war ja knapp der Teufel Das war ja knapp der Teufel Das war ja knapp der Teufel Ja Ja Ich hab dem Verpennen den Oeraufgarten auch noch mal den Knopf zu drücken Ja Naja Die sind echt heiß Yes Ja und die ja Versuche Also mir gefallen die echt haben gute Qualität Crap Und 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 Nice 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 Du kleine Scheiße Du regst mich auch mit deinem Sniper Und Du regst mich langsam Was ist das? Nein. Du hörst ihn nicht. Pikachu! Pikachu! Nein. Oh, oh, oh. Es steht nicht gerade wirklich. Blenden für Steam. Jesus fucking Christ. Geh dich? Nee, ich kacken gehen. Oh Christ. Fick dich! Mann. Der regt mich auf. Der reißt doch, dass ich von der Seite komme. Junge! Junge! Das kann doch nicht wahr sein! Alter, hast du! Da regt mich so was von auf! Alter! Nee, Mann! Nein! 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 Pizza, 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 Pizza! Ich hätte ihn noch töten können und da war noch einer! Scheiße! Na ja! Das war's dann für diesen Part. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da! Und wenn nicht, dann nicht. Na ja! Dann sind wir jetzt gleich beim nächsten Let's Play! Wir sehen uns da wieder! Tschüss!